Wir, wir können sie doch nicht einfach so entführen. Doch. Das ist eine Schnapsidee. Die haben nie das Gegenteil behauptet, oder, Fido? Nie. Wir sind ja nicht blöd. Macht euch das keine Angst? Nein. Sie werden nicht in uns sehen, einstecken. Nicht doch. Sie werden dich nicht in ein Heim stecken, nicht doch. Warum sagst du denn sowas? Arbeitet er? Oh, er tut nichts anderes. Er arbeitet, schläft, arbeitet, schläft. Und wenn er nicht arbeitet, dann bringt er Mädchen mit. Glaubt ihr, es wird dir in Paris gefallen? Ich habe überhaupt keine Lust, nach Paris zu fahren. Wir zeigen ihr den Eiffelturm. Das ist eine Schnapsidee. Das ist eine Schnapsidee. Wenn ich es euch sage, das ist eine Schnapsidee. Eine totale Schnapsidee. Filou. Wo bin ich? Du bist aber. Und wenn es dir ist, dann geht es dirね, da geht es mir im Moment. Da geht es dirin, dass ich euch sage, goodness plains, das ist mir eckszüенд LUips. Untertitelung des ZDF, 2020